So liebe Freunde, ich habe einen kleinen Tipp bekommen von einer geheimen Quelle. Und zwar ist da so nichts zu machen das Ganze. Ich brauche wirklich noch eine zweite Box. Und deswegen habe ich einen Tipp bekommen, dass ich hier doch nochmal gucken soll. Und zwar brauche ich dafür die Box. Ich soll die Box quasi auf die Plattform draufstellen. Weil ich dann nämlich quasi rüberspringen kann auf die andere Seite. Beziehungsweise ich kann dann nämlich die Box dann hier benutzen. Vielleicht, dass ich es gut anstelle. Gott, dass es nicht runterfällt. So, um hier weiterzukommen. Ach, guck mal hier. Okay. Oh. Hm. Ha, geil. Warte, wie soll ich das machen? Oh, ich hasse so scheiß Spielereien, ey, man Ah, das war nicht genug Ach man Ich hasse so ne scheiße Oh, ich hab gedacht, das wird so Das werden so simpel easy Rätsel, da kommt so ne scheiße mal raus Ach, ich hat's doch gerade fast Warum muss ich das Mistding denn ausmachen? Ja toll, jetzt nicht Das ist nicht zu weit Ach man Ah Echt, wer denkt sich sowas aus? Na toll Schön, dass du Millimeterchen vom Abgrund bevor du eventuell kippen könntest zur Ruhe kommst Danke, schöne Box Danke, das war zu Ah, das reicht schon Also, wenn ihr Spaß dran habt ihr mir ein bisschen länger hier was zu suchen Ah, Mann Ich erzähl einfach mal ein bisschen Blödsinn Oh, die darf nicht da ganz oben dran kommen So Runter Ist wieder hoch Das war zu hoch Hat sich sowas einfallen lassen Mann Das ist echt zum Mäuse melken Ey, guckt euch das mal an Guckt euch das mal an Was soll das? Was? Was? Nee Womit ist das Ding 5 Millimeterchen kürzer Was soll der Scheiß? Wirklich? Ja, super Ich soll das echt komplett jetzt Oh, wie soll das gehen? Mann Ja, das ist zum auf der Haut fahren, ne? Das ist echt zum Mäuse melken Was soll das? Na also Meine Fresse Oh Gott Wenn ich jetzt hier irgendwie sterbe Muss das nochmal machen Da werde ich ja irre von Ja, wie soll ich das jetzt Was? Wie jetzt? Oh nein Ach du Scheiße Ich weiß, was passiert Nein 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 Sag mir jetzt nicht Sag mir jetzt nicht, dass diese fickte Kackbox Oh Gott Aha Jetzt klappt es auf einmal zum Auf allerersten Mal Äh zum Dings Dings Bums Oh Ist das ein Scheiß Warte mal Hm Muss ich nämlich hier wieder ganz hoch So Ich muss halt unten drücken auch noch hier So Deswegen kann ich hier dann ganz links sehen Weil hier jetzt die zweite Box ist Tada Schon haben wir die zweite Box Ist das nicht lustig? Hohohoho Da hat sich ein Indie-Developer Aber ganz schön ins Fäustchen gelacht Hohoho So So Wie schiebe ich jetzt die Scheiße hier? So Die eine Box muss auf jeden Fall nicht so weit Sondern so hier so So Die andere Box Muss ich dann logischerweise wieder schieben So Einmal nehme ich rüber So Und die muss irgendwo Hier oder so hin So Hier oder so Nee Bisschen weiter nach hinten So So Du musst einfach mal Zack Nein Das war einfach Das war eigentlich zu kurz Hoch 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 Und hoch Na also Meine Güte Das war jetzt aber eine schwere Geburt Gott Wer hat sich sowas einfallen lassen So Was bringt mich jetzt hier als nächstes um? Oh nö Oh Gott Oh nö Oh Gott Wenn ich das dann mache Sterbe ich bestimmt irgendwie Ich mach erstmal das an So und jetzt Okay Wenn ich das dann mache äh 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 aber wenn ich das nicht ganz ausmache dann hab ich ja gar nicht dann ach maaann da komm ich jetzt an da komm ich jetzt so ne scheiße jetzt hier oder so immer diese blöden Gravitations-Scheiße-Block-Schiebe-Kack-Rätsel hier ah das 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 ist doch sofort geht das doch runter ich kann da gar nicht so schnell hoch was ist das denn da oben kann ich etwa dran jetzt aber nicht ich kann ja hochklettern nein ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen echt ja und jetzt hä hä ich habe schon wieder so einen Kack den ich nicht ralle jetzt hier schon wieder ey das gibt es doch wohl nicht was was muss ich denn jetzt hier machen hä ah ich I don't get it ja ich ralle das schon aber die ich komme nicht gleichzeit wenn ich das ausmache und ich hier wieder hinlaufen soll und vor allem da dann hoch soll das das klappt von der Zelle ja gar nicht so hier kann ich nichts machen so hier kann ich auch nichts machen so hier kann ich auch nichts machen kann ich hier irgendwas mit STRG nein kann ich nicht kann ich irgendwas hoch runter links rechts nein gar nichts so und hier kann ich auch absolut nichts machen so wenn ich das aufmache passiert nichts wenn ich das ausmache geht das Ding auch alles runter so zack runter zack hoch zack runter so hier passiert gar nichts ich verstehe es nicht ich verstehe es gerade wirklich irgendwie nicht irgendwie schnelle ich das nicht ich bin so blöd dafür tut mir leid ich bin so blöd dafür echt wirklich ja was habe ich denn jetzt nichts nichts passiert wenn ich da unten das Ding ausmachen könnte den Ding wieder runter die kommen nicht hin wenn ich das Ding ausmachen könnte wenn ich auch wenn ich auf dieser Plattform mit drauf stehe dann wäre es alles okay aber ja ne Leute dann äh muss ich jetzt wieder ein paar Schluss machen und ich muss irgendwelche Kontaktpersonen fragen dann wird es halt nichts mit dem selber rausfinden dann äh tut mir leid also sorry aber nö bis zum nächsten mal euer A Backe tschö tschö